So Leute, hallo erstmal, da ist der Lieutenant Dan, mal wieder hier jetzt beim Ausrelaxen, drei Tage sind durch, die Meisterschaft ist durch, ich habe gerade gesehen, wir sind im DFB-Pokal, endlich mal wieder seit Jahren. Ich bin gerade auf dem Kinderspielplatz, relaxe ein bisschen mit der Kinder, mit der Family. Ich wollte noch was rüberbringen, ganz kurz, ich will es auch gar nicht so lang machen. Mein Kumpel, danke an den Dieter nach Rheinau Süd, an alle blau-schwarzen Wikinger da unten, die den Rheinauer See bewachen. Servus, Grüße an die Community, für eine Challenge, und zwar ich challenge alle meine Abonnenten, hängt was blau-schwarzes raus, egal was da raus hängt, schickt die Oma auf den Keller, in den Speicher, egal wo sie hinschickt, da ist noch was vom Waldhof, nimm es, hängt es raus. Auf der Balkon, hängt es, nehmt der Mann Molten oben blau und ohne schwarze A und hängt den raus her. Wie er rum hängt, das ist eure Sache, gell? Egal, macht was, dass wenn die Leute hier durchfahren, dass sie sehen, wir sind Mannheimer, unser Herz steckt blau-schwarz, wenn man von oben auf Mannheim guckt, muss es wie blau-schwarze A dann sich durchziehen durch die Stadt. Wenn ihr was habt, zeigt Farbe, bekennt Farbe, wir sind wieder da nach drei Jahren, Kampf. Ich habe Szene erlebt, das glaubt ihr nicht, es ist unbeschreiblich, Gefühle kann man nicht zeigen, wirklich, was man fühlt. Wunderbar, so viel losgebrochen bei so vielen Menschen jetzt. Ich will mich noch mal bedanken beim Vizepräsidenten vom Waldhof, sorry, dass ich dich nicht erkannt habe. Danke für den Mut, danke an alle Abonnenten, an 5.000 Klicks und es geht immer weiter, ist das Wahnsinn. Lasst uns blau-schwarz mit dem Virus Baden-Württemberg, Deutschland, Europa, die ganze Welt, das Universum, lasst uns alle mit Waldhof, mit dem Virus infizieren. Ich hoffe, ihr seid dabei bei der Challenge. Meine Frau hat schon die Bettdeck rausgehängt. Blau-schwarz hängt bei mir ganz groß am Balkon. Ich hoffe, bei euch hängt auch demnächst was. In diesem Sinne, der Lieutenant sagt euch, ruht euch noch aus, genießt den Rest der Saison, lasst uns mal einen blau-schwarz machen und ich wünsche euch was. Bleibt gesund. Ciao.